Lichtenfels ist Mittelzentrum und zugleich die Kreisstadt des Landkreises Lichtenfels im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken. Geografie Lichtenfels liegt in Oberfranken im Obermainland bzw. Obermain-Tal zwischen Bamberg und Coburg im sogenannten Gottesgarten am Obermain. Die Stadt gilt als deutsche Korbstadt. Nördlich des Zentrums durchfließt der Main das Stadtgebiet. Sternchenentfernungen sind gerundete Kilometer bis zum Ortszentrum. Zur Stadt gehören folgende 28 Stadtteile. Geschichte Lichtenfels wurde 1142 erstmals urkundlich erwähnt und besitzt seit 1231 Dekasekunden von Otto VIII. Herzog von Mehranien verliehene Stadtrecht. Nach dem Erlöschen der Mehranien im Jahre 1248 fiel Lichtenfels an das Hochstift Bamberg, das ab 1500 zum Fränkischen Reichskreis gehörte. Mit diesem wurde das Amt Lichtenfels während der Säkularisation im Jahre 1802 in das Kurfürstentum und spätere Königreich Bayern einverleibt. Zu den ministerialen Geschlechtern der Region zählten die Herren von Lichtenfels, die Stammes- und Wappenverwandt mit anderen benachbarten Familien waren. Die Lichtenfelser werden spöttisch die Tümpelschöpfer genannt. Diesen Namen erhielten sie nach dem Dreißigjährigen Krieg, als sie den in einem See versenkten Stadtschatz durch Ausschöpfen des Gewässers zurückholen wollten, dies jedoch nicht schafften, da das Grundwasser zu schnell nachfloß. 1840 lebten in Lichtenfels 1902 Personen, Eingemeindungen, am 1. Oktober 1929 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Burgberg eingegliedert. Ein Teil von Weingarten kam am 1. Juli 1972 hinzu, am 1. Januar 1974 kam Mistelfeld hinzu. Kloster Langheim folgte am 1. Juli 1974 Kösten, Mönch, Grottendorf und Stetten am 1. Januar 1975. Ißling, Köttel, Lahm bei Lichtenfels, Oberlangheim, Rot, Trieb und die Durchausgliederung aus der Gemeinde Arnstein im Jahr 1864 gebildete Gemeinde Rotmannsthal sowie Teile der aufgelösten Gemeinde Buch. Am Forst wurden am 1. Januar 1978 eingegliedert. Mit der Eingliederung von Reundorf, Schnei und Säubelsdorf wurde am 1. Mai 1978 die Reihe der Eingemeindungen abgeschlossen. Politik, nach der Kommunalwahl am 16. März 2014 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen. Außerdem gehört dem Stadtrat der erste Bürgermeister an. Bürgermeister seit 2014. Andreas Hügerich, 2002 zu 2014. Bianca Fischer, 1991 zu 2002. Winfried Bogdan, 1959 zu 1991. Günther Hauptmann, 1958. Otto Betz, 1951 zu 1958. Johann Unrhein, 1945 zu 1951. Julian Wittmann, 1945. Baptist Hofmann, 1938 zu 1945. Wilhelm Krautheim, 1930 zu 1938. Josef Ullenberger, 1928 zu 1930. Norbert Schier, 1912 zu 1928. Andreas Ma, 1870 zu 1912. Adam Wenglein, Städtepartnerschaften Schottland-Prestwick-Schottland. Vereinigte Staaten, Vandalia, Vereinigte Staaten, Frankreich-Curnund-Dauvernier, Frankreich. Italien, Aritscha, Italien. Außerdem besteht eine Städtefreundschaft mit dem Berliner Bezirk Deutschland-Reineckendorf und Deutschland-Bat-Bergsabern. 1978 wurde die Patenschaft für die vertriebenen Sudeten-Deutschen aus der Gemeinde Altendorf im Landkreis Bern und 1986 aus der Marktgemeinde Deutsch-Hause im Landkreis Sternberg übernommen. Regionale Bedeutung Lichtenfels ist ein Mittelzentrum und Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises mit Sitz des Landratsamtes. Die Stadt ist auch Sitz eines Amtsgerichts des Finanzamts, einer Zweigstelle der Bundesagentur für Arbeit und einer Polizeiinspektion. Des Weiteren befindet sich das Klinikum für die medizinische Versorgung des Landkreises in Lichtenfels. In Lichtenfels gibt es Einkaufsmöglichkeiten wie Z.B., ein Kaufhaus in der Fußgängerzone sowie Filialen größerer Baumarktketten und Verbrauchermärkte auf der grünen Wiese. Die Fußgängerzone ist durch zwei Parkhäuser in unmittelbarer Nähe auch für Autofahrer leicht zu erreichen. Öffentliche Einrichtungen Die Stadt Lichtenfels zum Teil auch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Lichtenfels und die Stadtwerke Lichtenfels betreiben mehrere öffentliche Einrichtungen. Die wichtigsten sind das Jugendzentrum, das Stadtmuseum, die ehemalige Synagoge, zwei Bäder, das Freizeitbad Meer Anja und ein Flussbad am Main, ein Campingplatz. Das Stadtschloss, das für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Theateraufführungen genutzt wird. Zwei Parkhäuser, eine öffentliche Bücherei im Rathaus, die Stadthalle, eine Langlaufläupe im Winter, eine Dienststelle des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg. Konfessionen Vertreten sind in Lichtenfels neben der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche auch eine freikirchliche Freie Christengemeinde, die Zeugen Jehovas sowie die Neuapostolische Kirche. Ferner gibt es in Lichtenfels eine Moschee der DITIB, Wirtschaft und Infrastruktur. Korbhandel Lichtenfels wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein Zentrum des Korbhandels. Korbmacher aus der Umgebung im oberen Maintal brachten ihre Produkte zu Händlern in Lichtenfels, die diese im Groß- und Einzelhandel verkauften. Führender Unternehmer war der Korbhändler Josef Kraus. 1904 wurde eine Korbfachschule eröffnet an der ab 1912 auch Flechtkurse für Frauen stattfanden, da Körbe sehr häufig in Heimarbeit von der ganzen Familie hergestellt wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg legte sich Lichtenfels den Titel Deutsche Korbstadt zu. Da die Korbmacher in Deutschland in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch ausstarb, widmen sich die verbliebenen Korbhändler heute ausschließlich dem Import von Flechterzeugnissen. Die Stadt mit ihren rund 21.500 Einwohnern weist eine überdurchschnittliche Beschäftigungsquote auf, die vor allem auf den Erfolg der zahlreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen zurückzuführen ist. Traditionell sind mehrere Betriebe aus den Bereichen Polstermöbel und der damit verbundenen Zulieferindustrie wie Z.B. Holzverarbeitung und Schaumstoffherstellung in Lichtenfels angesiedelt. Aber auch Unternehmen aus den Bereichen Maschinen, Werkzeug und Madelbau sowie der kunststoffverarbeitenden Industrie sind anzutreffen. Als sehr innovations- und exportfreudig hervorgetan hat sich der Bereich des Werkzeugmodellbaus und ein in diesem Bereich agierendes Unternehmen. Das Maschinen für das selektive Laserschmelzen baut und entwickelt. Auch die Speditionsbranche ist durch ein großes international agierendes Unternehmen vertreten. Die wichtigsten Unternehmen sind Panzer und Kraus GmbH und Co. KG Unternehmensgruppe Hofmann Innovation Group GmbH Komfort und Wohnen Venendal Schaumstoffwerke M Plus Espiano Express GmbH Enotec Sondermaschinen und Vorrichtungen GmbH Alikos Schmolker Horst Müller Kunststoffe GmbH Schwab und Gig Lichtenfels AW GmbH Lifokaler Farben GmbH und Co. KG Riesner Gase GmbH Knorprandel ab 2008 Umbenennung in Gütermann Kühne Plus Nagelniederlassung Lichtenfels Ziel GmbH Das beiden Werk Fachgeschäft für Flechtwerkgestaltung direkt am Markt Rathaus Weitere bedeutende Arbeitgeber für die Stadt und die Region sind das Klinikum Lichtenfels und die Sparkasse Coburg Lichtenfels, die beide unter den 100 größten oberfränkischen Arbeitgebern zu finden sind, Wirtschaftsverbände Industrie und Handelsgremium Lichtenfels, Kreishandwerkerschaft Lichtenfels mit Lehrbauhof, Bayerischer Bauernverband Geschäftsstelle Lichtenfels, die Bundesstraßen 173 und 289 führen durch das Stadtgebiet. Die B173 ist autobahnähnlich ausgebaut und wurde Anfang 2008 von Bamberg bis Lichtenfels zur Bundesautobahn 73 aufgestuft. Am 5. September 2008 wurde die von Norden kommende A73 zwischen Lichtenfels und Coburg für den Verkehr freigegeben. Zwischen den Stadtteilen Säubelsdorf und Reundorf zweigt seitdem die B173 von der A73 ab. Die erste Strecke durch Lichtenfels war die Bahnstrecke Bamberghof der Ludwig-Süd-Nordbahn. Es folgte die im Bahnhof Lichtenfels-Abzweigende Werra-Bahn, die vor dem Zweiten Weltkrieg bis nach Eisenach führte. Heute wird die Strecke über Coburg nach Sonneberg befahren. Wenig nördlich von Lichtenfels zweigt die Frankenwaldbahn nach Saalfeld ab. Auf ihr fährt heute die ICE-Linie Hamburg-Berlin-München, deren Züge im Zwei-Stunden-Takt in Lichtenfels halten. Der ICE-Halt wird voraussichtlich Ende 2017 mit Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke Nürnberg-Erfurt entfallen, da die Neubaustrecke westlich an Lichtenfels vorbeiführt. Weiter gibt es Regionalverkehr in Richtung Coburg-Bamberg, Saalfeld und Hof-Bayreuth. Seit 1. Januar 2015 ist Lichtenfels Mitglied des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg. Durch den Flugplatz Lichtenfels ist die Stadt auch im Luftverkehr zu erreichen. Der Verkehrslandeplatz hat eine 700 Meter lange Grasbahn und ist für ein maximales Abfluggewicht von 3,7 Tonnen zugelassen. Die Stadtwerke Lichtenfels betreiben in Zusammenarbeit mit einem lokalen Busunternehmen den öffentlichen Nahverkehr. Im Stadtgebiet und in den umliegenden Ortschaften gibt es insgesamt sechs Buslinien, die teilweise im Halbstundentakt bedient werden. Bildung und Forschung Allgemeinbildende Schulen Mehr Anier Gymnasium 4 Grundschulen Private Wirtschaftsschule Lichtenfels Musikschule Berufsbildende Schulen Staatliche Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung Staatliche Berufsschule mit Fachschule für Informatik Krankenpflegeschule Meintal Berufsfachschule für Kosmetik Private Berufsfachschule für Altenpflegehilfe Förderschulen Maximilian Kolbe Schulzentrum Schule zur individuellen Lebensbewältigung St. Katharina Förderzentrum Schule zur individuellen Lernförderung Erwachsenenbildung Volkshochschule Schule für Dorf- und Flurerneuerung Forschungs- und Innovationseinrichtungen Innovationstechnologie und Designzentrum für das deutsche Flechthandwerk Kultur und Sehenswürdigkeiten In Lichtenfels ist mit der neuen Filmbühne ein kleines Kino-Center vorhanden, welches als Neubau 1999 entstanden ist. Es befindet sich in dem ebenfalls 1999 neu gebauten Kaufhauskomplex in der Innenstadt nahe der Fußgängerzone und verfügt seit einem Umbau im Jahr 2014 über drei Vorführungssäle mit insgesamt 270 Sitzplätzen Museenstadtmuseum Fossiliensammlung in der Herzog-Korto-Mittelschule Heimatmuseum Kloster Langheim Bauwerke Katholische Pfarrkirche Maria Himmelfahrt In den Jahren 1976 bis 1979 wurde die Stadtpfarrkirche von Hubert Weber neu gestaltet. Die Kirche erhielt einen aus Lindenholz geschnitzten und vergoldeten Ambo. Ebenfalls neu gestaltet wurden der Altar und der Marienleuchter sowie das große doppelflügelige Hauptportal, nach Entwürfen des Künstlers modelliert und in Bronze gegossen. Martin Luther Kirche Kapelle Sankt Jakob Spitalkirche Die katholische Kirche wurde im Jahre 1972 ebenfalls von Hubert Weber neu gestaltet. Stadtschloss Oberer oder Kronacher Totscham Unteres oder Bamberger Tor Roter Turm Teile der alten Stadtmauer Ehemaliges Forsthaus Kastenhof Barockes Rathaus Rathaus 2 Bahnhof Stadtmuseum Kunstgalerie im alten Apothekerhaus am Marktplatz 28 Bismarckturm Ein 20,5 Meter hoher Aussichtsturm am Herberg im Norden von Lichtenfels. Der Turm wurde 1903 als Siegesaussichtsturm nach Plänen von J.H. Gräbner aus Lichtenfels errichtet am 25. April 1933 in Bismarckturm umbenannt und ist heute auch als Herbergturm oder Hohe Warte bekannt. Wasserturm Barocke Klosteranlage des ehemaligen Zisterzienserklosters Langheim mit Konventbau im Stadtteil Kloster Langheim Gutshof Nassanger im Stadtteil Trieb Schloss Schnei Unterirdische Gänge unter der Altstadt Brückenbauwerk BW 67a der BA B73 bei Kösten Ehemalige Burg Lichtenfels Im Osten der Gemeinde befindet sich der jüdische Friedhof mit zwei Gedenksteinen, die an 25 jüdische Opfer der Schwa sowie an 48 weitere Opfer des Faschismus erinnern. Regelmäßige Veranstaltungen Korbmarkt an jedem dritten Wochenende im September Schützenfest zehn Tage ab dem zweiten Wochenende im Juli Q11-Q12 Session Bis zu viermal im Jahr veranstaltet die aktuelle Qualifikationsstufe des Meranier-Gymnasiums eine Session in der Sterthalle Führung durch die unterirdischen Gänge von Lichtenfels, Lichtenfelser Sonnentage, Lichtenfelser Kirchweih, Ragnarök-Festival jährlich am Wochenende nach Ostern Der Schriftsteller Friedrich Gerstecker wählte Lichtenfels zum Schauplatz seiner im Jahr 1857 erschienenen Erzählung Führung Herrn Malhubas, Reiseabenteuer, Söhne und Töchter der Stadt Friedrich Meikonius, Reformator Heinrich Faber, Pädagoge und Musiktheoretiker Andreas Röschelaub, Mediziner und Naturphilosoph Franz Jakobi, Theaterschauspieler Thomas Theler, Politiker, Bundesjustizminister, FDP-Vorsitzender, MdB Willi Ruppdesche, Politiker und SA-Führer Max Jüngling, Politiker Philipp Meier, Regierungspräsident von Unterfranken Heinz Körner, Grafikdesigner und Zeichner Hajo Hoffmann, Oberbürgermeister von Saarbrücken Rainer Dinkel, Bevölkerungswissenschaftler Werner Schiffauer, Kulturwissenschaftler, Ethnologe und Publizist Reinhard Hütter, ordentlicher Professor für Theologie an der Duke University Ordentliches Mitglied der Päpstlichen Akademie Thomas von Akin Jochen Großmann, Professor für Gesang an der UDK Berlin Gerhard Riesbeck, Maler Uwe Vogt, Inhaber des Lehrstuhls für analytische Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität Augsburg Stefan Kießling, Fußballspieler bei Bayer 04 Leverkusen Thorsten Ouell, Fußballspieler bei Eintracht Braunschweig Emi Zollner, Politikerin